Wir haben heute einen Wüstenausschlug und wir sind jetzt in der Wüste gelandet. Geh, du reitest! Jetzt laufen wir hier so durch. Oh, nein, wir haben hier ein bisschen verletzt. Was? Konni, weh, du willst nicht verletzen! Konni, weh, du willst nicht verletzen! Ja, natürlich! Gell, Kamel reiten gibt's nicht! Doch! Hier sind wir jetzt mit der Rüste. Hier unten ist die Shisha-Bar. Es riecht schon ein bisschen nach Gegrilltem. Es riecht ein bisschen nach Pferd. Und nach Gegrilltem. Findest du? Und hier sind die Kamele, wo wir nachher schön reiten können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und hier ist alles für uns gedeckt. Mit DJ. Da haben wir uns jetzt mal schön einen Platz haben. Hier sind wir jetzt mittlerweile in der Wüste. Hier ist ein Buffet abgebaut. Da haben wir gleich einen Zustand wieder. Und hier ist es schön. Einmal jetzt. Also, ich bin jetzt noch ein bisschen... Schöpferd! Ja, aber jetzt fliegen wir gleich nochmal durch. Hier sind wir eine zwölfspurlich-Aufbahn. Die haben startet Spuren auf jeder Seite. Die geht vom Mitteln durch die Gede durch. Das ist der Wahnsinn. Wir wollen hier auch noch zeigen. Und wir fahren jetzt zum Hafen, zur Eintracht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.